73. Wenn die Gegner ein bisschen in diese Stellung gehen, ist das hier 100. Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, dass ein Video zur MW3 Beta fehlt. Und zwar unser fertiges Fazit eigentlich nach knapp zwei Wochen, naja, MW2 DEC oder wie auch immer man das sehen will. Wir haben gute Sachen, wir haben Sachen, die ich gar nicht geil fand, beziehungsweise die man zumindest kritisieren sollte. Und ein, zwei, ja, ich sag mal Ängste, die man als Spieler und COD-Enjoyer eigentlich haben sollte. Ich werde euch die Sachen jetzt so ein bisschen kategorisch aufzählen. Die guten Sachen gehen halt einfacher, weil wenn mir etwas gefällt, braucht man das nicht groß erklären. Das, was ich wirklich nicht gut fand oder was man unbedingt ändern sollte, werde ich ein bisschen näher erklären. Und dann gebe ich euch noch ein, zwei Sachen mit, wovor ich so ein bisschen Angst habe zum Release. Denkt dran, in eineinhalb Wochen könnt ihr, wenn ihr vorbestellt habt, schon die Kampagne spielen. Ich glaube ab 2.11. ungefähr. Das heißt, so wie letztes Jahr, fand ich ganz cool. Wenn ihr vorbestellt, muss jeder für sich selber wissen. Eigentlich sollte man es nicht tun. Am Ende wird es echt ein bisschen egal sein, ob wir es tun oder nicht. Kann man eben die Kampagne schon spielen. Und die soll ja angeblich am Ende von der MW2-Kampagne vom letzten Jahr weitergehen. Und die MW2-Kampagne letztes Jahr fand ich persönlich zum Beispiel richtig gut. Die hat eine 8 von 10 von mir bekommen. Ihr könnt kurz in die Kommentare schreiben, wie euer Beta-Fazit ist. So auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Dogshit, 10 ist bestes Game aller Zeiten. Währenddessen gebe ich euch was mit, damit ich euch nicht spoiler. Während ihr kurz überlegt, was euer Fazit war, will ich euch die neuen Holy Hydrations vorstellen. Dadurch, dass wir die Corona-Pandemie mehr oder weniger überstanden haben, können wir alle halt wieder feiern gehen. Und nach dem Feiern, so habe ich es mit meinen 32 mittlerweile, fühle ich mich meistens absolut Dogshit. Weil ich irgendwie da zu viel trinke oder zu wenig Gutes trinke, zu wenig esse. Und mir geht es einfach beschissen. Da kommt Holy Hydration rein. Dicke Empfehlung von mir, wenn ihr gerne mal unterwegs seid. Wenn ihr nach dem Sport was Gesundes haben wollt, was ja auch noch von den Eistees von Holy unterscheidet. Es gibt Grapefruit, es gibt Erdbeerkiwi, was ich persönlich sehr lecker finde. Und es gibt Weiß im Pfirsich. Das dürfte für viele wahrscheinlich der Geheimfavorit sein. Elektrolyte sind mit drin. Es ist zuckerfrei. Es sind natürliche Aromen. Und es hilft euch einfach. Und ihr werdet es sehr, sehr schnell merken. Nach einer Partynacht, nach dem Sport, nach einer langen Lernsession. Es hydriert euch wieder. Es gibt euch wieder Power, Energie. Dicke Empfehlung ist im Shop drin. Abchecken. So, bin gespannt, was ihr reingeschrieben habt. Wenn ich das Ganze erstmal, bevor ich die guten und schlechten Sachen und das, was mir Angst macht, nennen müsste, würde ich sagen, die MW3 Beta bekommen von mir eine 7 von 10 Punkten. Zum Vergleich, MW2 Beta hat 2 von 10 Punkten bekommen. Und das Game, als es dann rauskam, würde nicht mal einen Punkt bekommen. MW2 und MW19 sind meiner Meinung nach Schandflecke der COD-Zeit. Und ich hoffe, dass Infinity Ward nie wieder etwas derartiges machen kann. Ich hoffe es inständig. Es war grausam. MW3 ist mehr oder weniger ein DLC von MW2. Aber, und das ist das große Aber, sie hat Fun gemacht. Ich persönlich hatte wirklich Spaß. Wir haben, und das sind die guten Sachen, Movement, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist nicht ganz so schnell wie Vanguard. Vanguard war, was Movement angeht und auf Rebirth Island Peak, das muss man so sagen. Aber es hat sich gut angefühlt und sehr positiv. Sledgehammer Games hat nach dem Sprint Cancel, beziehungsweise Cancel Slide, tatsächlich am zweiten Wochenende war es da, glaube ich, diesen Delay sehr deutlich reduziert. Nach dem Sliden. Und bevor manche ausrasten, ich brauche kein Slide Cancel, damit mir Movement gefällt. Die Option, es zu haben, ist aber angenehm. Und, das ist für alle, die sagen, hey, ich habe den Controller kaputt. A, stellt man schon so um, dass man eben nicht seine L3, R3-Tasten dafür braucht. Und B, Slide Cancel funktioniert jetzt einfacher. Ihr braucht im Prinzip nur nach dem Slide einfach direkt wieder springen. Und das war es. Also sehr, sehr einfach. Hat sich gut angefühlt. Was auch positiv ist, wir haben all die Sachen zurück, die uns, ohne dass wir das wollten, genommen worden sind. Das heißt, Totenstille als Perk, was wirklich Totenstille ist. Da werde ich niemals verstehen, wie jemand, der selber denkt, dass er irgendwie gut ist in diesem Game, sagen kann, Totenstille ist ein Crutch-Perk, sollte nicht drin sein. Das sagen nur Leute, die in Ecken sitzen und unbedingt hören wollen, wenn einer um eine Ecke läuft. Niemand, der halbwegs aggressiv COD spielt, wird jemals sagen, Totenstille sollte raus. Niemals. Denn, ich habe einen Tipp, wenn ihr Totenstille nicht mögt, weil ihr denkt, ihr solltet jemand anderen hören, nehmt einfach selbst Totenstille. Dann hört man euch auch nicht und dann könnt ihr ja lernen zu spielen. Minimap ist normal, wenn jemand schießt ohne Schalldämpfer, wird er auf der Karte angezeigt. Gott sei Dank. Diese Scheiße in MW2 und MW19, wo du erst eine Drohne brauchst, damit du Leute dann siehst und dann haben die Geist. Und Geist funktionierte bisher dann wieder so bei Infinity Ward, dass du dich gar nicht bewegen brauchtest. Im Prinzip, du warst das ganze Spiel nie auf der Minimap zu sehen. Du konntest irgendwo in der Ecke sitzen, irgendjemanden töten und kein Mensch hat eine Ahnung gehabt, wo derjenige ist. Gibt es nicht mehr. Das heißt, es werden Spieler gejagt und das ist Call of Duty. Call of Duty ist ein Fast-Pace-Run-and-Gun-Game. Ihr ballert jemanden über den Haufen, ihr werdet über den Haufen geballert. So, muss man halt Spawns kennenlernen, Maps kennenlernen und dann geht das auch. Und wenn ihr gar nicht auf dem Radar angezeigt werden wollt, Schalldämpfer, Totenstille, Geist. Ganz einfach, werdet ihr nie auf dem Radar angezeigt, solange ihr euch bewegt. Also generell Minimap zurück, super, Totenstille als Perk zurück, super, gefällt mir. Sehr, sehr geil. Ich brauche auch keine Feldaufrüstung, die Totenstille ist, wo ich dann 15 Sekunden ohne laute Schritte laufen kann, nachdem sie aufgeladen ist. Und vorher muss ich sie aber aktivieren. Es macht einen großen Mikrowellen-Piep-Sound, damit die ganze Karte weiß, ey, Shippie läuft jetzt mit Totenstille rum. Absolut Dogshit. IW geht weg. Maps. Ich fand sie gut. Ich mag die MW-Maps von damals. Ich habe sie damals schon gespielt. Nicht so viel wie heute jetzt irgendwie neue CODs, aber man kennt sie natürlich. Fand ich in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin, dass wir am Release jetzt nur in Anführungsstrichen 16 alte OG-Maps bekommen. Aber ich nehme lieber 16 Maps, wovon ich weiß, dass einige ganz gut sind, als 16 oder 10 neue, was ja mittlerweile so Standard geworden ist für viele Entwickler, wovon 8 Dogshit sind. Also habe ich nicht viel zu kritisieren, ist in Ordnung. Waffenfeeling war gut, Audio war gut, das Game sieht vernünftig aus. Was das alles angeht, hatte ich einen sehr, sehr guten Eindruck. Es hat Spaß gemacht, wenig Probleme in der Beta. Server-Connection war manchmal ein bisschen wanky. Das ist aber in der Beta normal und finde ich gar nicht schlimm. Sachen, die ich kritisieren würde oder negativ sehe. SBMM, das ist, ich weiß nicht, in den letzten drei Jahren habe ich glaube ich 80 Videos darüber gemacht, wie schlecht dieses System ist. Ich bin es einfach leid, jede Woche aufs Neue dieses System zu kritisieren und immer und immer wieder. Ich finde, man sollte in der Beta, wo es halt eigentlich recht positiv war, auch einfach mal, ja, man kann es ansprechen und dann ist es aber auch jetzt kein Thema für die nächste Woche. Vielleicht zum Release, wenn wir wieder neue Tests machen, aber SBMM ist halt drin, es ist ein Drecksystem. Ist halt so, was soll ich machen? Server-Connection war wirklich teilweise etwas wanky, es gab Desync, es gab Server-Lags, aber insgesamt noch nicht so schlimm, dass ich sagen würde, oh schrecklich, was soll das sein? Wirklich negative Aspekte. Ich konnte Teammates und Gegner teilweise nicht unterscheiden, denn die Audio von den Footsteps von Teammates und Gegnern war 1 zu 1 gleich. Und warum auch immer, die Erkennung von Gegnern und Teammates haben sie wieder so schlecht gemacht in der Beta, es haben sie dann ein bisschen verbessert, da muss noch mehr passieren. Dass über einem Teammate der grüne, ja, was ist das, eine Krone oder so, Diamant, teilweise nicht zu sehen war, weshalb ich andauernd auf Teammates geschossen habe, weil man musste sich da auch erstmal wieder 1-2 Stunden dran gewöhnen, dass man im Gegensatz zu den letzten Jahren ja wieder eine normale Minimap hat. Das heißt, ihr habt auch vorher nicht geguckt und selbst wenn ihr guckt, dann taucht halt einer vor euch auf, ihr ballert. Dadurch, dass ihr in dem Game, wenn ihr ballert, aber ohne Scheiternfall sofort auf der Minimap angezeigt werdet, ist es halt ein bisschen blöd, wenn du andauernd aus Versehen irgendwo hin ballerst. Das heißt, ich würde mir wünschen, so wie es früher war, Teammates und Gegner wieder deutlich erkennen zu können und Footsteps, man kann das Audiodesign so wunderbar anpassen. Es hat jahrelang funktioniert, dass man an den Schritten schon hört, ob vor einem jetzt ein Teammate läuft oder ein Gegner läuft. Es ist wirklich keine große Sache und relativ einfach umzusetzen. Da müssen sie unbedingt dran arbeiten. Spawns waren absolut Chaos. Also wirklich Chaos. Es ist nicht dieses Drex-EW-Team-Based-Spawn-System, was wir in MB2 hatten, was euch kreuz und quer gespawned hat, sondern es war so ein Spawn-System, was komplett übertrieben hat. Das heißt, wenn ich, also man kennt die Spawns aus den alten Karten halt, wenn man so ein bisschen älterer Hase ist wie ich und du kannst heutzutage nicht mehr Spawn trappen, in dem Sinne, wie man es jetzt noch in BO3 gemacht hat und BO4 schon ein bisschen oder so. Aber was du halt kannst, Spawns lesen und genau wissen, in welche Richtung du die nächsten Gegner eigentlich erwarten kannst. Das Problem ist, man brauchte sich nur, man brauchte nur überlegen, ob man in die Richtung eines Gegnerspawns gehen wollte und die Gegner sind komplett auf einer anderen Seite gespawned. Und wir hatten es teilweise so, dass wir A und B gehalten haben und der Gegner, die Teammates, nicht in der Nähe von C waren und der Gegner trotzdem nicht auf C gespawned ist, sondern hinten bei A, weil irgendein Teammate auch wirklich nur 100 Meter entfernt vom Spawn war. Das heißt, Spawns sind super wichtig, damit man im Game, wenn man ein bisschen Mapkenntnis hat, auch ungefähr predikten kann, wo man Teammates und Gegner findet. Das ist etwas, wo wir definitiv noch Arbeit dran sehen müssen. Noch negativ, es kickt, finde ich, überhaupt nicht rein, dass wir MW2, MW3 Waffen gemischt haben, muss ich ganz ehrlich sein. Und es kickt auch eigentlich gar nicht rein, dass diese ganze Aufmachung und die UI, also das User Interface, sehr ähnlich zu MW2 ist. Ich weiß, es ist mehr oder weniger ein DLC, MW3 ist für mich das, was MW2 hätte sein müssen eigentlich, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wir beim Release, weil ja alle MW2 Waffen mit vollen Mods spielen können, dass wir, die jetzt erstmal auf Tarnung grinden werden, mit nicht gelevelten Waffen gegen MW2 Tag 56 spielen müssen. Und dadurch, dass wir SBMM haben, sind wir halt in Lobbys mit Leuten, die das dann eben auch abusen. Da bin ich kein Fan von, aber es ist im Gegensatz zu dem, welchen Fun das Game bisher gemacht hat, eigentlich ganz gut. Ein letzter positiver Aspekt, den ich tatsächlich vergessen habe, weil ich das gerade sage, Perks-System, die Option, die wir als Perks haben, als Handschuhe, als Schuhe, als Sneakers, als Westen, fand ich gut. Ich hoffe, dass man da die Option bekommt, auch aus einer Kategorie 2 zu nehmen, weil da waren einige starke Sachen bei, wie Totenstille, wie Stalker, also mit einer AR schneller strafen können, die mir wirklich gefallen haben, wovor man halt nicht alle gleichzeitig nehmen könnte. Wovor habe ich Angst? Ich habe absolute Sorge davor, dass wir wieder an den Punkt gelangen, wo Warzone komplett das Jahr über mehr oder weniger finanziert unterstützt wird, weil da einfach natürlich die meiste Kohle mittlerweile gemacht wird, Free-to-Play, und dass der Multiplayer, was Content angeht, sehr schnell sehr öde wird. Einfach, weil pro Season zwei neue Karten, zwei neue Waffen und irgendein komischer Modus nicht ausreichend sind, dass man Seasons unterstützen kann, die 30, 50, 60 oder 80 Tage gehen. Und das haben wir die letzten drei Jahre gehabt. Der Multiplayer wurde irgendwann vergessen. Man hat so ein bisschen ein, zwei Karten, ein, zwei Waffen hinterhergeworfen bekommen. Und naja, du konntest dich dann damit arrangieren. Wenn du die Master-Karten durch hattest, dann war es das halt für den Multiplayer für dich. Es gab kein wirkliches Progression-System, weil es ist halt scheißegal, ob ich Level 100 oder 500 oder 1000 geworden bin. Und Warzone hat dann eben Update über Update über Update bekommen. Und das ist eigentlich meine größte Sorge und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es darauf auch wieder hinauslaufen wird. Einfach, weil der Multiplayer weniger Spieler dauerhaft anzieht als Free-to-Play Warzone. Nur, das ist halt meine persönliche Sache, ich kann Warzone, ich kann Battle Royale nicht mehr ab. Ich finde es so langweilig, ich finde es so stumpf. Ich finde, der Markt ist seit Jahren überflutet davon. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt eine Prediction machen müsste, ich werde MB3 durchaus genießen können. Ich werde auf die Mastery-Tarnung gehen, gucken, wie viele Nukes auf dem Weg dahin möglich sind. Und dann wird es halt ein anderes Game zu dem Zeitpunkt. Kurzer Reminder, Januar, Februar, März, April werden wir Fortune's Keep und Rebirth Island zurückbekommen. Worauf ich mich persönlich sehr freue, denn das war für mich Peak-Resurgence-Time. Also wirklich, das war absolut top, das hat so Fun gemacht, das war geil. Ich hoffe, ihr habt unten reingeschrieben, wie euer Beta-Fazit war. Schreibt mir gerne eure Kommentare rein, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich habe zwei Videodehnen für diese Woche, da könnt ihr euch dann drauf gefasst machen. Und nächste Woche am 2. geht es dann mit der Kampagne live weiter. Wenn ihr live dabei sein wollt, auf Twitch einfach folgen, ist ganz cool da. Haut rein.